Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Feet the Beast Minecraft und ich bin mal wieder nicht alleine, denn der liebe Master Greg 347 ist mit dabei, denn es traut sich kein anderer mit uns aufzunehmen oder zu erfinden, ausrehen, dass wir nicht dabei sein können oder sonst auch immer. Oder diesen Noobs, deren Internetverbindung während der Aufmerksamkeit. Genau. So, also erstes Portal. Ich glaube, ich schieße mein Portal lieber in den Keller rein. So, also wir arbeiten ja gerade immer noch an der Energiesache und der Jan hat noch vor, ein, zwei andere Sachen zu machen, aber wir tun trotzdem immer wieder ein bisschen miteinander arbeiten, weil wir müssen ja doch irgendwie vorankommen, ne? Richtig. So, als erstes, was ich jetzt gedacht habe, ist, wenn der Jan die Aufgabe übernimmt des Lampenmachens, werde ich Lampen nicht machen, sondern weiter an der Energie arbeiten. Übernimmt er die Sache nicht, dann werde ich persönlich halt jetzt kurz ein paar Lampen machen, weil Verteilung und so Zeugs. Gut, dann gehe ich mal auf die Suche nach Tintenflecken, weil für schwarze Lampen brauche ich Tintenflecke. Oder ich gucke mal, Stamp, was ich für eine weiße brauche, bräuchte ich Knochenmäher, das hätte ich gerade da. Ah, glaube ich, reichen die auch weißer oder schwarze. Hm, schwarze werden halt geiler, die würden so cool aussehen. Gut, ich gehe Tintenfische suchen. Ja, danke. Gut, also wir, vor allem, du kannst sowieso Zeit lassen, weil ich muss ja eh noch den ganzen Plan auslegen, von wegen wie Maschinen und so weiter und so fort. Also, wir haben ja jetzt geplant, jetzt die ganze Zeit mit Maschinen zu machen. Sagen wir mal, jetzt hier wäre der Tank, wo das Rohröl herankommt, dann würde dahinter eine Pipe sein, die würde hierher führen, wo ich dann eins, zwei, ja, sagen wir mal, legen wir auf drei Refinaries aus, wovon eine wir haben. Ausgepumpt werden sie vorne, die werden nach unten verlegt und kommt dann hier rüber zu einem anderen Tank. Den könnten wir vielleicht sogar ein bisschen mehrere Tanks machen. Und, ähm, both, gibt's irgend sowas, Nat? Wie viel Lampen willst du denn ungefähr haben? Hm, da könnten wir einen normalen Tank machen. Ähm, gleich, machen wir mal. Also, ich würde mal sagen, dann, dann, eins, zwei, vier, fünf. Dass ich ungefähr weiß, wie viel Inksets ich habe. Sollte am besten, dass ich nicht nochmal ein zweites Mal los muss. Ja. Ich tue gerade einfach mal kurz ein bisschen verlegen und schauen, wie die Lampen so zusammenpassen könnten. Ja. Gut, dann werden wir mal sagen, zwei, drei, vier. Dann machen wir mal hier, eins, zwei. Na, das müsste reichen, was ich jetzt habe. Ich habe jetzt 27 Tintensäcke. Okay. Das reicht. Das werden... 13... Wären sechs Lampen. Ja, da brauchen wir mehr. Brauchen wir mehr? Okay. Das war ja ein Sumpf von uns da, und da so Tintenfische drin sind noch. Mhm. Wir brauchen ungefähr das Doppelte. Zwölf Lampen. Ja. Dann sind sie gut im Raum verteilt. Und sollten dann eigentlich die passende Leuchtkraft haben. Gut. Also. Hier Friday-Nemories. Erst links. Dann könnte ich da einen richtigen Tank bauen. Willst du nur für einen Tank bauen? Also ich... Aha. Ähm. Wir könnten einen richtigen Eisentank machen. Ah, okay. Ja, das können wir. Oh, ich habe kaum Eisen. Und mit kaum Eisen meine ich gar kein Eisen. Ja. Das ist ja die eine Sache. Ich habe eigentlich nicht wenig Eisen, aber... Naja. Sag mal so, wir machen erstmal einen ganz normalen Glastank und machen dann später daraus einen Eisentank. Ja, können wir machen. Gut, und dann führt das... Wird da rausgepumpt. Und führt dann hier zu 1, 2, 3. Hier habe ich noch Redstone. Ich muss, glaube ich... ...protzdem nochmal los, um... ...Redstone zu holen. Ich habe kaum noch was. Mhm. So. Also. Tank Nummer 1. Hier kommt es rein in zu der Raffinerie. Tank Nummer 2. Hier wird es rausgepumpt und wird zu meinen... Ähm... Iron Tank... Ähm... Nein, zu einem Combustion Engine geführt. Und jetzt brauche ich ein... Machen wir dann hier... Ich weiß nicht, was ich machen kann. Verlegen wir das nochmal ein bisschen. Verlegen wir das so. 18 Lampen reichen. Ähm... 18 Lampen sollten reichen, ja. Ja, das brauche ich noch. Glasscheiben. Selbst... Okay. Iron Bars. Miners. Äh... Miners. Aber gut, ich habe hier gerade noch... ...8 Eisen. Ors rumfliegt. So, das wird ein Wassertank sein. Und aus dem Wassertank wird es dann halt rausgepumpt. Und zwar von unten. Und führt dann runter zu den anderen Tanks. Gut. Also. Hier wird von unten reingepumpt. Von vorne rausgepumpt. Ich glaube, unser nächstes... ...beschuldige, dass ich dich unterbrechen muss. Mach nix. Aber ich glaube, das nächste Projekt... ...was wir beide wieder mit Minecraft zu tun haben... ...das wird dann wieder mit Tinkas Contract sein. Aber sowas dann. Darauf kannst du dich verlassen. Ja. So, du hast jetzt nicht noch ein zufällig Glas, ne? Äh... Glas... ...sollte ich... Oder Sand. Sand habe ich eigentlich schon. Ich kann es dir gleich sagen, wie viel... Äh, ich habe hier Stacks Sand. Okay. Dann nehme ich mir mal kurz... ...einen Stacks raus. Ich brauche zwar nicht alle... ...aber du brauchst mit Sicherheit auch irgendwann nochmal Glas. Ja, passt schon. Bis jetzt. So, würde ich mal sagen. Dann... ...hier wird es dann hinten rausgepumpt. Und kommt dann so... ...da rein. Gehen. Also hier hinten rausgepumpt. Solche Dinger hergestellt. So, Wasser kommt von unten. Die Pipes gehen dann nach oben. Dann wird dadurch von nach oben die Energie verteilt. Gut. So machen wir das. Dann würde ich mal sagen, fahre ich an. Erstmal... ...die Tanks. Jetzt habe ich keine Redstone-Fraken hier. ...bauen wir uns mal schnell mal ein paar Redstone-Fraken machen. Mhm. Habe ich Holz hier in der Kiste? Ja. Holz plus... ...Redstone... ...ergibt Redstone-Fackel. Plus... ...Depth... ...Eisenbass... ...Eisenbass... ...Glasbettel... ...Escal... 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 ...Escaluma... ...Escaluma... ...er gibt es ein paar hübsche Lämpchen. ein paar Eisen habe ich keine Tanks rumzuliefert? oh das tut mir aber leid dass ich keine Tanks verliebe wie gesagt in dem einen Furnace ist eben Teil Glas ich brauche noch mehr Holz also jetzt ganz im Ernst Leute wir waren jetzt schon ein bisschen früher auf dem Server drauf um zu besprechen was wir machen da hat der Tag so ewig lange gedauert dass wir uns gefragt haben wann wird es endlich Nacht ja und jetzt ist es schon wieder Nacht ich bin im Bett und ja gleich Sekunde ich will hier nur kurz ich brauche Holz äh hält mir hier nur schnell die drei Bäume die ich mir gerade gesetzt habe und da hat es ewig lang gebraucht bis es Nacht wird und jetzt so schnell wir haben eigentlich gleich nachdem wir so gesehen aus dem Bett aufgestanden sind sofort die Aufnahme begonnen boah Minecraft schreckliches Spiel oder nicht hm? wie meinst du? Minecraft dieses schreckliche Spiel ja was was denn? so schrecklich dass wir es letzt spielen müssen richtig ich liege auch im Bett auch mal zu spät gut zu lange geschrieben zu lange zum kack ähm Holzplanks oh zum passen so also so also wenn wir die erste Reihe hier machen ups so der Ritzer-Moto kommt dann gleich noch zum Einsatz zum rauspumpen 16 16 jetzt gehen wir dann so hin obwohl na geht ja gar nicht komm mal kurz rüber ja äh was ist was sind das für Erdblöcke? äh die oberen Erdblöcke sind für die Lampen da aber die gehören dann natürlich ins Stein rein also da rein genau ich hab Lust die Erdblöcke benutzt um zu schauen kann man die mit einer Spitzhecker bauen? ich glaub schon ne? ja scheiße was äh die Lampen ja klar so ich will nur eins sagen du hast die falschen Lampen gebaut da sind keine Blöcke da sind keine Blöcke da müssen wir eins runter setzen damit man sie sieht hast du hier gebrannten Stein genommen? ja also wie meinst du das? also als Decke meine ich jetzt so ja das ist Stein nur mal der Stein gibst du mir mal welchen? dann mach ich das dann mach du deine Maschinen weiter ja hinter dir liegt was und ich muss eine schlechte Nachricht sagen aber das ist die Leuchtkraft ist nicht stark genug wie ich grad sehe aber das ist gut dann können wir dann zumindest auf dem Boden vielleicht noch um so ein paar verteilen weil schon ist es ein bisschen styliger wie? ich hätte jetzt wenn noch ähm ein paar ähm an den Wänden verteilt ja oder so können wir auch machen gut weil das wäre auch keine so schlechte Idee mhm ach ja genau ich kann es ja von unten rein rauspumpen dann klappt das schon mit den Redstone Engines dann mach mal Redstone Engine dann brauche ich noch eine Fockel hast du rein zufällig ein paar Redstone Fockeln oder? äh drüben in meiner Worktable drin ok schau ich mal gleich vorbei welche? ja ich schau kurz bei Worktable vorbei wie geht denn Fockeln? weee so na bei den Lampen na doch der Diamond Rill ist ein bisschen schneller auch bei den Lampen mhm zwölf Redstone Fockel wird das wird reichen genau bei den beiden Wänden können wir dann so weiße Lampen benutzen ja haben wir hier irgendwo eine Mitte na gerade verdammt hast du noch ein paar Lampen aufgesammelt gehabt? warte mal kurz nein ich habe keine Lampen aufgesammelt ein zwei drei 12 14 16 ok macht nichts da hast du das Partei noch unten gesetzt frage ich mich äh bei mir in den Keller rein statt oben hin ich habe gedacht dass du unten im Keller wo mehr Sachen machst doch nur meine Kiste ja das was ich brauche ja das war mir schon ja ich jetzt muss mal kurz oben hin das ist inke ich habe kein Eisen du kannst wenn du willst ein bisschen Eisen von mir nehmen ich habe da noch genug ich habe da noch genug und jetzt hat er das Brotard auch noch weggenommen ey ich habe es nach oben gesetzt ja voll wollte gerade durchlaufen so ey ein Portal hat dann so gegen die Wand gesnackt frag mich ja was passiert wenn man jetzt sagen wir mal in einem Portal drin steckt was auch gerade weggenommen wird ob man dann verrecken tut ich glaube du kommst du bist schneller so gut als das Portal weg geht ja und was wäre wenn man so einen übelst fetten Leck hätte so ein Minecraft ja ja so ein Minecraft Leck nein ich glaube du bist einfach nur dort aber du siehst die Welt noch nicht glaub ich auch also entweder das oder du gehst einfach gar nicht durch das Portal durch ach jetzt hast du gerade die Dings weg äh mitgenommen die was die Reds zum Fackeln ja macht nix macht nix gut ich schaue gerade ob ich noch irgendwelche anderen Pipes irgendwo rumliegen habe kannst du mir mal ein bisschen Glas durch das Portal schmeißen wie viel brauchst du denn ähm warte äh sechs also sechs Glas nur hä ich habe gerade fünf zur Verfügung aber ich kann dir noch einen Sand dazu durchschmeißen ja ok ausnahmsweise wird angenommen ups bisschen mehr Sand als ich eigentlich wollte ach danke nehme ich auch ja ich kann weg auf zum Smelter äh achso Miners Backpack nein aber hier kann ich Platz hier auch reinpacken nein Redstone Topper nein Pin auch nicht blöden Rucksäcke so also ein Sand haben wir somit Glas aus dem Glas machen wir uns wieder Glas Scheiben aus den Scheiben machen wir uns nochmal zwei solche Lampen durch durch sehr schön dabei hätte ich eine bessere Idee hier in der Mitte bleiben ja somit kann meine Sache bleibt der Tank hier stehen hm wer ja in der Tank da bleibt der da so stehen äh ja ok willst du die in die Ecke in die Ecke so setzen ja ja jeweils ein wollte ich jetzt in der Ecke setzen also kommt hier auch ja aber ich kann das Ding eins eins kürzer machen das muss nicht so hoch sein so so warte mal wie war das F7 ne ja um zu gucken also hier wären ein paar Xer und an den Seiten wären noch ein paar Xer ja da könnte man dann so Seitenlampen ranbringen aber dann so die in Blockform in die Wand reinhauen so warte was ist Black Lamp auch Glaspaneele Black Luma und Redstone ich glaube das heißt wieder auf Tintenfischjagd gehen Tintenfischjagd alter kaum zu glauben es wird schon wieder dunkel echt ja lol müssen wir gleich hier schlafen gehen und wir können auch dann die Folge beenden ja wir sind schon echt weit gekommen kann ich jetzt schon mal sagen na dann ja ja du hast ja das letzte Mal gesagt noch ein, zwei Folgen ja ein, zwei Folgen wird es noch so sein also jetzt noch mal eins, zwei Folgen na ich meine insgesamt so weil in der nächsten Folge werde ich ein bisschen mehr craften müssen dann habe ich das ganze Setup für die Energie dann können wir deine und dann ja jetzt noch ein, zwei Folgen ja also nächste Folge mache ich das Setup zu Ende hoffe ich mal und dann können wir deine deine Maschinen hinsetzen und anfangen das Zeugs zu craften für den Tesseract ja und wenn ich glaube wenn wir die Maschinen gleich am Anfang so hinsetzen könnten wir den Tesseract zur Endfolge gesetzt haben und dann kommt der Quarry also es ist doch nicht ganz so schnell wie ich es mir erhofft habe aber trotzdem schneller als als es gedacht worden ist ja gut dann würden wir uns jetzt ins Bettchen legen ja ich bin ja Mensch stress mal nicht so ich bin ja schon auf dem Weg jetzt lässt er mich nicht einmal mehr schnarchen nee lass ich nicht dann legen wir uns jetzt ins Bettchen und beenden hiermit auch die Folge vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao ciao